SpaceX präsentiert HLS Entwicklungsstand, New Glenn feuert und übt Landung, die Zerstörung von Pad 1 in der Starbase, Artemis 2 Orion auf SLS montiert, Japans neues Flaggschiff HTV-X dockt erstmals an ISS und Tianlong 3 kurz vor Debütstart. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu sehen, gleich startet dein Space Update auf Deutsch. Nach dem öffentlichen Gezahnke zwischen NASA-Chef Duffy und SpaceX-Chef Musk war es für SpaceX wohl an der Zeit, in die Offensive zu gehen, was den Stand beim HLS-Programm bei SpaceX angeht. In einem Update auf der eigenen Webseite zeigte SpaceX, wo die Entwicklung des HLS-Starship steht. Ja genau, das ist ja die spezialisierte Starship-Variante, die mit Artemis 3 die nächsten Menschen auf den Mond bringen soll. Ein einzelnes HLS-Starship soll über 600 Kubikmeter Innenraum bieten. Zum Vergleich das Lunar-Module von Apollo, das hatte 6,7 Kubikmeter. Das Starship soll dann zwei separate Luftschleusen für Außeneinsätze besitzen und Frachtmengen von bis zu 100 Tonnen direkt auf die Mondoberfläche bringen können. Darunter laut SpaceX ganze Druckkabinen, Habitatmodule oder nukleare Energiequellen. Laut SpaceX sind die Arbeiten am Mondländer weit fortgeschritten oder weiter als viele denken. Über 49 von der Nase definierte Entwicklungsschritte wurden laut SpaceX bereits abgeschlossen. Darunter Test von Lebenserhaltungssystemen mit Crewkabine, ein vollständiger Luftschleusentest mit EVA-Anzügen, ein Mondlandetriebwerk-Synthsequenz-Test mit repräsentativer Drosselung, Docking-Adapter-Zertifizierung, Reguliert-Test mit Landebein und medizinische Notfallübungen inklusive Telemedizinsimulationen. Ergänzt wird das Ganze durch den parallelen Ausbau der Starship-Kernhardware. Dort verweist SpaceX auf mehr als drei Dutzend Starship-Prototypen, über 600 produzierte Raptor-Triebwerke, 226.000 Sekunden kumulierte Raptor-Laufzeit auf Raptor 2 und weitere 40.000 Sekunden auf dem neuen Raptor 3. In Texas, Florida und Kalifornien entstehen gerade Fertigungsanlagen mit über 450.000 Quadratmetern Produktionsfläche und insgesamt fünf Starship-Startanlagen. SpaceX betont, dass das alles aus über 90% Eigenmitteln finanziert wird. Die NASA würde für Artemis nur bei bestandenen Meilensteinen zahlen. Auch ganz interessant, SpaceX schreibt, dass sie der NASA Zugriff auf alle Daten geben würde, einschließlich der Flüge, die nicht aus dem Artemis-Topf bezahlt würden. Die nächsten Meilensteine für SpaceX im Artemis-Programm, ein mehrtägiger orbitaler Langzeit-Flugtest mit Fokus auf Thermalsysteme und Tankverhalten und ein anschließender Starship-zu-Starship-Treibstoff-Transfer im All. Ein kritischer Schritt, denn nur durch die Betankung im Orbit kann ja das Starship-HLS überhaupt genug Treibstoff für die Landung und Rückkehr vom Mond mitnehmen. Beide Tests sollen laut SpaceX noch im Jahr 2026 stattfinden und würden der HLS-Architektur dann endgültig zur operativen Reife verhelfen. Ein kleiner Seitenhieb bleibt auch nicht aus, andere würden noch Konzepte zeichnen, SpaceX würde parallel Technologien, Infrastruktur und Flughardware realisieren. SpaceX sieht sich nicht nur als technologischer Dienstleister der NASA, sondern als aktiver Partner bei der Erfüllung der Artemis-Vision. Und die würde weit über Flaggen und Fußspuren hinausgehen. Ziel wäre nicht nur die Rückkehr zum Mond, sondern der Aufbau einer nachhaltigen, permanenten Präsenz. Soweit das sehr gutes SpaceX-Eigenmarketing. Wo SpaceX beim HLS wirklich steht, das wissen wir natürlich nicht. Aber auch wenn SpaceX schon immer gut im Marketing war, de facto haben sie mit Falcon, Dragon und Starlink die weltbesten Produkte am Start. Es wird spannend zu sehen sein, ob Starship hier auch wie gewohnt abliefert. Aber SpaceX ist ja nicht die einzige Firma, die für die NASA Fracht und Menschen auf dem Mond landen soll. Blue Origin bereitet die nächsten großen Schritte für die Schwerlastrakete New Glenn vor. In der Nacht zum 29. Oktober, da wurde das Trägersystem New Glenn 2 erstmals vollständig auf dem Launchkomplex 36 in Cape Canaveral aufgerichtet. Der Rollout, der markiert den Beginn der heißen Phase. Wortwörtlich denn, ein integrierter Heißlauftest des Gesamtsystems stand unwindbar bevor. Die sieben BIV-Triebwerke zündeten über die gesamte geplante Brenndauer. Spannend, Blue hat die Dauer des Heißlauftests verlängert, um die Landsequenz zu simulieren. Dazu wurde der Schub der Triebwerke auf 50% gesenkt und anschließend die Triebwerke ohne Schubvektorsteuerung abgeschaltet. Der Schub des mittleren Triebwerks, der wurde dann auf 80% erhöht. Blue Origin CEO David Lim schrieb, dass dies hilft, die Wechselwirkung zwischen den aktiven und inaktiven Triebwerksleitungen während der Landung zu verstehen. Als nächstes, da folgt dann die Integration der NASA-Nutzer Escapade. Aktuell ist ein Start zum Mars ja noch im November geplant. Bei sich in den USA ja Projekte im November für gewöhnlich verzögern, weil hier die Urlaubssaison, die sogenannte Holiday Season, losgeht. Ich habe es endlich getan. Mein Urlaub 2026 ist gebucht und ich freue mich jetzt schon auf Sonne, Strand und Surfen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch sofort daran gedacht, wie ich unterwegs meine Lieblingsserie weiterschauen kann. Denn das war schon echt nervig. Ich saß abends im Hotel, WLAN war top, Zeit hatte ich auch. Nur mein Streaming-Dienst meinte, dieser Inhalt ist in deiner Region nicht verfügbar. Super. Aber ich bin vorbereitet, NordVPN ist am Start. Ein Klick und zack, virtuell wieder zu Hause. Und das Beste, die Verbindung ist ultra schnell und stabil. Perfekt für 4K-Streaming, selbst auf Reisen läuft dann alles butterweich. Mit meinem exklusiven NordVPN-Deal bekommst du einen starken Rabatt und 4 Extramonate. Natürlich geht es nicht nur um Streaming, gerade unterwegs in öffentlichen WLANs, ob Flughafen, Bahn oder Hotel, schützt NordVPN meine Daten zuverlässig. Keine neugierigen Augen, keine Datendiebe mit dem Bedrohungsschutz Pro, da blockt NordVPN sogar Werbung, Mailware und Phishing-Versuche. Wenn du das auch willst, bekommst du mit meinem exklusiven NordVPN-Deal einen starken Rabatt und 4 Extramonate. Den Link findest du in der Beschreibung. Und das Beste, du kannst das Ganze ganz risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurie-Garantie testen. Passend zu Halloween zerhackt SpaceX den Starttisch von Pad 1. Ja, ein vertrauter Anblick, der verschwindet aus der Starbase. SpaceX hat die Demontagearbeiten an Pad 1 in der Starbase jetzt offiziell begonnen. Am 31. Oktober, da zeigten erste Videoanahmen Arbeiter mit Schneidbrennern, die unterhalb des Starttisch zentrale Treibstoffleitungen zerlegten. Dieser Launch-Mount, der war ja über Jahre das Herzstück der Starbase und Schauplatz aller Starship-Super-Heavy-Flüge bisher. Jetzt wird Platz gemacht für die Zukunft. Bereits Tage zuvor deuteten erste Maßnahmen den Umbau an. Grüne Markierungen auf dem Starttisch, Spaggarbeiten daneben und der Abbau der Flüssigsauerstoffleitungen. Während Pad 1 für eine komplette Modernisierung vorbereitet wird, übernimmt Pad 2 dann künftig die operative Rolle, inklusive der Vorbereitung für Flug 12, den wir ja für Anfang 2026 erwarten. Die Umbaumaßnahmen sind unumgänglich. Pad 1 entspricht ja technisch nicht mehr den Anforderungen der nächsten Starship-Generation 3. Während Pad 2 bereits von Anfang an auf das neue Design 3 vorbereitet wurde und entwickelt wurde, wird Pad 1 nun auf dieses Level gebracht. Gleichzeitig blickt SpaceX schon weiter nach vorne. Neue Stahlträger für den Bau der Gigabay, einer weiteren gigantischen Montagehalle, werden immer wieder angeliefert. Das Ziel ist klar, höhere Startfrequenzen, schnellere Hardware, Turnarounds, bessere Kontrolle über die gesamte Produktionskette. Mit dem umfassenden Umbau von Pad 1, da endet ein Kapitel, aber es markiert zugleich ja den Beginn einer neuen Ära für das Starship-Programm. Auch am historischen Startkomplex 39A in Florida, von dem ja schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen ist, da schreiten die Bauarbeiten in großen Schritten voran. Der riesige LR-13000-Kran, einer der größten Mobilkräne der Welt, der wurde bereits vor Ort aufgerichtet, um den nächsten Meilenstein vorzubereiten. Das Aufsetzen des neuen Orbital Launch Mounts, kurz OLM. Direkt gegenüber von Pad 39B, da startet ja die Crew von Artemis 2 zum Mond. Die NASA hat da jetzt einen Meilenstein erreicht. Im Kennedy Space Center wurde das Orion-Raumschiff auf Kolkreich auf die SLS-Rakete montiert. Der Zusammenbau, der markiert den Übergang von der langjährigen Integrationsphase zur unmittelbaren Startvorbereitung. Bei Artemis 2 werden ja erstmals seit der Apollo-Ära Menschen den Mond umrunden. Für NASA-Atmos-Later John Duffy ist das nicht weniger als der Beweis amerikanischer Führungsstärke im All. In den kommenden Wochen dann folgen komplexe Tests, bevor das Gesamtsystem zum Startplatz rollt. Apropos Mond, die nächste Falcon Heavy-Mondmission, die verzögert sich. Astrobotics Griffin-Mondlander, der soll nun frühestens im Juli 2026 starten. Bisher war ein Start für Ende 2025 angekündigt. Der unter NASAs Commercial Lunar Payload Services Programm, kurz CLPS-Programm, entwickelte Lander, der ist die zweite Mondmission des Unternehmens. Der Flug des Peregrine-Landers im Januar 2024, die scheiterte ja wegen eines Lecks, eines Treibstoff-Legs. Der deutlich größere Griffin-Lander, der trägt kein NASA-Rover. Der geplante Transport des Viper-Rovers, der wurde gestrichen wegen NASA-Budget-Problemen. Den Transport von dem Viper-Rover, den übernimmt jetzt Blue Origin auf eigene Kosten. Statt Viper fliegen aber unter anderem der kommerzielle Flip-Rover von Astrolop und ein Cube-Rover mit. Schon oft beschrieben ein Teleskop auf der Erdabgewandenseite des Mondes. Wer weiß, mit der Aussicht auf die riesigen Lander, die da kommen, kommt das vielleicht schneller als gedacht. Aktuell sind die größten und leistungsstärksten Teleskope noch auf der Erde, zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile. War ich auch schon super cool da. Die europäische Südsternwarte ESO, die hat bald einen neuen Chef, Andreas Kaufer, derzeit Betriebsleiter der ESO, übernimmt im September 2026 das Amt des Generaldirektors. Der gebürtige Heidelberger, der bringt nicht nur über 25 Jahre ESO-Erfahrung mit, sondern auch technisches Know-how. Er verantwortete unter anderem den Aufbau des Very Large Teleskops, kurz VLT. Seine Ernennung, die fällt in eine kritische Phase. Das Extreme Large Teleskop, ELT, das steht kurz vor der Fertigstellung und der Kurs für das nächste große ESO-Projekt, der muss gesetzt werden. Kaufer kündigt an, den technologischen Führungsanspruch der ESO entschlossen fortzuführen. Von der ESO zu ESA. Nach wiederholten Luftraumverletzungen durch russische Drohnen und gezielten Störungen globaler Navigationssysteme sieht ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher Europa mit massiven sicherheitspolitischen Herausforderungen im All konfrontiert. Aschbacher warnt vor der Zersplitterung europäischer Kompetenzen. Nur durch eine eng koordinierte, eigenständige Raumfahrtsicherheitsstrategie ließen sich Risiken minimieren. Der ESA-Vorschlag European Resilience from Space, der im November auf der ESA-Ministerratskonferenz eingebracht werden soll, soll Europas Verteidigungsfähigkeit im All bündeln und die Autonomie gegenüber geopolitischen Turbulenzen stärken. Hier hat sich der offizielle ESA-Ton in den letzten Jahren deutlich geändert. Bisher wurde immer die friedliche Nutzung oder der friedliche Charakter der ESA betont. Man sollte aber auch erwähnen, dass die europäische Raumfahrt auch schon immer Dual-Use war. Die Firmen, die europäische Orbitalraketen entwickeln, entwickeln auch ballistische Raketen und Atomwaffen. Auch das oft angeführte, weltumspannende europäische Navigationssystem Galileo wurde hauptsächlich auf das Bestreben der Atommächte Frankreich und Großbritannien umgesetzt, wobei die Bundeswehr Galileo ja zum Beispiel gar nicht nutzt. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche am 28. Oktober. Da startete SpaceX von Vandenberg die Falcon 9, die transportierte Starlinks. Einen Tag später, am 29. Oktober, da hob eine Falcon 9 von Cape Canaveral ab, erneut Starlinks. Am Freitag, 31. Oktober, da startete China mit der Shenzhou 21 seine mittlerweile 16. astronautische Raumfahrtmission. Die drei chinesischen Astronauten Zhang Lu, Wei Wei und Zhang Hong Zhang, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, machten sich von Jinguan aus in den Orbit. Und falls es wieder Kommentare gibt, Taikonauten sagt in China kein Mensch. Ebenfalls Freitag schickt das SpaceX von Vandenberg eine weitere Ladung Starlinks ins All. Und zum Abschluss der Woche, da sollte, wenn die News dann erscheinen, die Mitflugmission Bandwagon 4 erfolgen. Das ist ein Start mit Falcon 9 von Cape Canaveral aus, mit dabei unter anderem Starcloud 1, der Technologiedemonstrator für KI-Rechenzentren im All. Mithilfe des Roboterarms der ISS, Kenneth Arm 2, ich erspare euch mal die deutsche Aussprache, dokte am 29. Oktober das neue japanische Frachtraumschiff HTV-X erstmals erfolgreich an der Internationalen Raumstation an. Die Mission markiert den Beginn einer neuen Ära für die japanischen Raumfrachtflüge, denn die Nachfolge des HTV bringt nicht nur rund 4 Tonnen Lebensmittel und Materialien zur ISS, sondern bietet auch neue Fähigkeiten. HTV-X kann bis zu anderthalb Jahre autonom im Orbit verbleiben und soll künftig als Plattform für Technologiedemonstrationen dienen. Während die bisherigen neuen HTV-Flüge mit einer Spezialversion der H2 gestartet wurden, erfolgte der Erstflug der HTV-X auf dem siebten Flug der neuen H3, beziehungsweise dem fünften operativen, nach zwei Testflügen mit dem Fehlstart auf dem ersten Flug. Und was ging sonst noch auf der ISS diese Woche? Am 28. Oktober waren die Kosmonauten Sergej Rychikov und Alexej Zubrytsky erneut außerhalb der ISS im Einsatz. In knapp sieben Stunden montierten sie am russischen Naoka-Modul ein neues Experiment namens Impuls, das untersuchen soll, wie sich Raumfahrzeuge auf die Ionosphäre der Erde auswirken, mit Blick auf die Zukunft sogar mit Plasmantrieb. Auf das sonst übliche Wegwerfen alter Hardware während des Außeneinsatzes verzichtete man dieses Mal, da der japanische HTV-X-Frachter nur wenige Stunden später eintraf. Naoka, genau, das war ja das ISS-Modul, das im Juli 2021 nach seinem Andocken ein Eigenleben entwickelt hat, passt ja irgendwie zu Halloween, und da haben da die Triebwerke die gesamte ISS um 540 Grad gedreht. Nach dem Andocken führte eine Software-Panna dazu, dass die Triebwerke des Moduls weiter feuerten. Der Spuk hörte erst auf, als das Modul keinen Treibstoff mehr hatte. Die NASA erklärte damals zwar Notfall für das Raumfahrzeug, später erklärte sie jedoch, dass nie das Leben der Besatzung gefährdet war. Ja, bewegte Vergangenheit, die ISS. Zum 25. Jubiläum der Internationalen Raumstation ist ein einzigartiges Online-Archiv an den Start gegangen. ISS in Real-Time. Die Website, die verknüpft erstmals Millionen öffentlich zugänglicher Daten, darunter fast 7 Millionen Fotos, über 4,5 Millionen Funksprüche und 930 Videos. Und das dann mit dem täglichen Verlauf der bisher 9.064 Missionstage. Ziemlich abgefahren, aber zwei NASA-Mitarbeiter, die entwickelten die Plattform in ihrer Freizeit. Ihr könnt jetzt durch alle ISS-Tage klicken. Link zur Website packt euch Patrick unter das Video. Das chinesische Raumfahrtunternehmen Space Pioneer steht kurz vor dem ersten absichtlichen Start der Tianlong 3. Warum sage ich absichtlich? Am 30. Juni 2024, da löste sich während eines statischen Testfeuers, aufgrund eines strukturellen Versagens, die erste Stufe der Tianlong 3, was zu einem unbeabsichtigten Start führte. Ja, schon am 15. September, da absolvierte die erste Stufe der neuen Trägerrakete Tianlong 3 einen erfolgreichen statischen Feuertest. Diesmal ist sie geblieben. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Erstflug, der ja noch dieses Jahr erfolgen soll. Diese Woche folgt ein weiterer Meilenstein, das erfolgreiche Testen eines Aussetzsystems für 36 Satelliten, die optisch und strukturell an SpaceX-Darlings erinnern. Tianlong 3 wird oft als chinesische Pendant zur Falcon 9 bezeichnet und könnte mit ihrer Wiederverwendbarkeit und Nutzerskapazität eine echte Alternative für den internationalen Markt werden. Optisch spektakuläre Missgeschicke vor dem ersten erfolgreichen Orbitalflug in der Raumfahrt ja keine Seltenheit. Auf dem ersten Flug der Ariane 5 am 4. Juni 1996, ich kann mich noch daran erinnern, da sollten vier Satelliten gestartet werden. Doch aufgrund eines Fehlers in der von der Ariane 4 übernommenen Flugsoftware kam die Rakete nach dem Start vom Kurs ab, kam dann auseinanderzubrechen und die nicht versicherten ESA-Satelliten, die gingen verloren. Die vier Cluster-Satelliten, die wurden neu gebaut und dann mit russischer Soyuz gestartet und untersuchten seit dem Jahr 2000 die Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und Magnetosphäre. Zwei dieser Cluster-Satelliten mit dem Namen Rumba und Salsa sind nun kontrolliert aus der Umlaufbahn genommen worden. Wie schreibt die ESA so schön? Rumbas 25-jähriger Tanz um die Erde endete am 22. Oktober um 20.59 Uhr MESZ mit einem gezielten Wiedereintritt über einem abgelegenen Gebiet des Pazifischen Ozeans. Die beiden verbleibenden Satelliten, Samba und Tango, die sollen im kommenden Jahr ebenfalls kontrolliert deobetiert werden. Bemerkenswerter Zusatz, die ESA wird ein mit Instrumenten und Forschern ausgestattetes Flugzeug losschicken, um die Re-Entries live aus der Luft zu beobachten. Die so gewonnenen Daten, die sollen nicht nur Rückschlüsse auf das Zerbrechen und Verbrennen von Satelliten liefern, sondern auch die ESA-Mission Draco vorbereiten, die sich ganz der Wiedereintrittsforschung widmen wird. Noch nicht wieder eingetreten ist die erste Oberstufe der Ariane 6. Grund hier ein mittlerweile behobenes Problem mit der Auxiliary Propulsion Unit. Der Hauptunterschied von der Ariane 6 zu Ariane 5 ist ja das, auch dank der APU, wiederzündbare Triebwerk der Oberstufe. Dabei ist das Vinci-Triebwerk für die Vielseitigkeit der Ariane 6 entscheidend. Eigentlich für die Ariane 5 entwickelt, ist es mehrfach zündbar und hocheffizient. Ab 2027 wird das Vinci-Triebwerk der Ariane 6 dann am DLR-Standort Lampholzhausen entmontiert und getestet. Die bisher in Frankreich angesiedelte Entfertigung und Systemintegration des Wasserstoff-Sauerstoff-Antriebs, die wird damit dann komplett nach Deutschland verlagert. In Vernor in Frankreich konzentriert man sich dagegen jetzt auf das auf Wiederverwendung optimierte Prometheus-Methantriebwerk. Die Vereinbarung wurde jetzt am 24. Oktober von Ariane Group und dem DLR unterzeichnet. Die Endmontage, die umfasst den Zusammenbau von Turbopumpen, Ventilen und Schubkammern, gefolgt von umfangreichen Abnahmetests am Prüfstand P4.1. Damit setzt Lampholzhausen nicht unbedingt auf die Zukunft, bleibt damit aber Schlüsselstandort für den unabhängigen europäischen Zugang zum All. Wir stehen kurz vor dem nächsten Start, der Ariane 6. Auch bei der Ariane 6 werden die Prozesse optimiert. Statt der üblichen drei Tage dauerte der Transport der Kernstufe vom Montagegebäude zur Rampe in Kourou diesmal nur einen einzigen Tag. Möglich machten das automatisierte Fahrzeuge und eine minuziös geplante Choreografie des Transports. Nach dem Aufrichten der Zentralstufe wurden auch die beiden Feststoffbooster mit Spezialfahrzeugen vertikal zur Rampe gebracht und auf beiden Seiten der Hauptstufe montiert. Als nächstes folgt der strukturelle und mechanische Zusammenschluss sowie die Anbindung der Treibstoffleitungen. Der Countdown für den vierten Start der Ariane 6, der läuft. Am 4. November soll der Träger den Erdbeobachtungs-Athleten Sentinel-1D für die ESA in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen. Fun Fact, der Startplatz am Äquator, der ist für diese, für die Erdbeobachtungs-wichtigen Orbits von Nachteil, weil die Erdrotation durch den Antrieb kompensiert werden muss. Deshalb kann Rocklab diese Orbits auch so gut von Neuseeland erreichen. Seit sechs Jahren gibt es Senkrechtstarter und das verdanken wir den Senkrechtstarter-Schutzengeln. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiter zu verbreiten, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Extra gibt es dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Vielen Dank. Noch schnell die Starts der kommenden Woche. Wenn die News heute erscheinen, dann sollte eigentlich ein indischer Start anstehen, und zwar mit LVM3, also Launch Vehicle Mark III. Gestartet werden sollen Kommunikationssatellit CMS-03. Der Start geht dann vom Satish Dwan Space Center los. Am Montag, 3. November, da plant China den Start einer langen Marsch 7a von Nuencheng. Nutzer ist mir nicht bekannt. Für Dienstag ist der Start der europäischen Erdbeobachtungs-Satelliten Mission Sentinel-1D mit der Ariane 6-2 vom französischen Raumfahrtzentrum in Kourou geplant. Am Mittwoch hebt Rocklab mit der Mission The Nation God Navigates von der Mahir-Halbinsel in Neuseeland ab, wie üblich mit Elektron. Der Donnerstag, der bringt ein Dreifach-Feuerwerk. Zuerst eine Falcon 9 mit Starlings und Cape Canaveral. Ebenfalls Donnerstag soll eine Atlas-555-1 mit dem Kommunikationssatelliten Viasat 3 F2 abheben von Cape Canaveral, also auch direkt gegenüber. Und alle guten Dinge sind dann am Donnerstag vielleicht drei. SpaceX möchte nämlich von Vendenburg auch aus noch Starlings starten. Ein weiterer Starlings-Start ist dann für Samstag, den 8. November, angesetzt, diesmal dann vom Kennedy Space Center. Nochmal der Hinweis, wenn du sorgenfrei reisen und überall streamen willst, hol dir jetzt meinen NordVPN-Deal plus vier Bonusmonate. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön siegreich bleiben. Dein Mo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020